Musik Das erste Stück auf dem Dessert Tower ist ein Milffeuil oder ein sogenanntes Cremeschnitt, ein moderner Cremeschnitt. Wir haben dort feine Butterblätter, die haben selbstverständlich selber gemacht, mit einer Himbeergräme, Himbeerschlee drin, eine feine Malingräme und oben ein Glassenstängeli. Und dann haben wir natürlich eine Kombination von gefroren und flüssig, haben wir auch drin, ein bisschen grokant, dass wir eine ganz gute Mischung haben. Musik 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 Musik